Hallo Leute, ich bin's. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade am stricken und ich schaue mir gerade diesen Video von Jason, diesen Toy Hunt Thursday und während ich stricke halt und ich wollte euch mal zeigen das Effekt quasi von den Farben. So sieht das aus und ist richtig schön hübsch und so und es ist von diesem hier. Es heißt Schahenmeyer Original Bravo Color und das ist quasi Effekt von der Wolle und ich mache einen Babypullover, also nicht direkt ein Pullover, also einen Cardigan heißt es, denn ich werde bald Tante und ich stricke für meine zukünftige Neffe oder Nichte einen Cardigan Pullover. Also das heißt, es ist also kein, also kein, also es ist nicht durch. Also hier vorne, wie ihr sehen könnt, ist das so geöffnet quasi in der Mitte und man kann halt zu knopfen und ich bin schon am Anfang schon, wie ihr sehen könnt und ja, ich weiß ja nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, aber ich denke mir halt, dass die Farbe, ganz egal ob jung oder Mädchen ist, gut passen würde. Ansonsten ja, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren! Auf freig male! Auf сх天! W Festival!